Willkommen zur dritten Episode Living Big hier auf Malta bei der ESL Pro League Season 19. Wir spielen morgen, also jetzt gerade, es ist Abend nach dem Spiel gegen Boss und wir spielen morgen wieder um 13.30 Uhr um die Playoffs gegen den aktuellen Major-Sieger Navi. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht allzu groß ist, dass wir da jetzt 2-0 direkt durchballern. Schauen wir einfach mal, was morgen passiert. Wie ich uns kenne, werden wir natürlich wieder maximal viele Spiele in der ESL Pro League spielen. Aber das heißt natürlich auch mehr Vlogs für euch und vielen lieben Dank für das Feedback schon mal auf die Vlogs. Freut mich wirklich mega. Und jetzt reingeht's ins Game gegen Navi. Was geht ab, Alter, du riechst ein Video? Ja, sü. Gleich Game gegen Navi. Ich sag, wir gewinnen 2-0. Actually, Unterhosen-Reed. Ja, wir sind gut vorbereitet, wir sind ein geiles Game. Ich denke, es wird ein insanes Game zum Zuschauen. Und Playoffs in 2-0 wäre sick, oder? Make big great again. Wo sind die anderen? Die anderen? Wenn ich das so sagen kann, ein paar sind Kacken, ein paar sind verstreut. Wir mieten eigentlich 12.30 Uhr, ich bin zu früh. Aber ich habe alles schon getan und jetzt bin ich ready. Und ich wollte schon auf Stage gehen, aber der Admin hat gesagt Nein, weil er gemein ist. Er da. Siehst du, da läuft er. Ja, tut so, als wäre er nicht gemein. Nee, der ist eigentlich sehr nett. Der ist echt sehr nett, aber ist egal. Wir dürfen die nicht wissen online. Auch mal selten als, oder Alex? Gehen wir rein und warten, wie geht es denn? Wenn wir rein gehen. Aber drinnen kannst du nichts machen. Ne, dürfen wir nicht. Ich war schon drinnen. Er ist schon 30. Er ist schon 30. Er ist schon 30. Er ist schon 30. David, wie geht's dir? Sehr gut. Was sind so deine Erwartungen beim Spiel? Gewinnen. Hier kommt der Big Boss. John the Boss. John the Boss. Und ein großes Bang. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Grimbo, Zeit für einige hart-hittingen Fragen. Wir spielen ein Spiel von diesem oder diesem Spiel. Ich würde gerne überlegen, die du wählen würdest. Ich denke, das erste ist wahrscheinlich ziemlich klar. Aber für die Zuschauer, welcher du gerne möchtest? Old Matt-Paul oder New Matt-Paul? Natürlich, Overpass. Ich meine, wir haben die besten Overpass-Team in der Welt. Aber nein. Ich meine... Das war's. Das war's. Ich habe es. Wir haben es. Wir waren die besten Team auf dem Map. Wir sind glücklich, dass es jetzt wieder zurück ist. Currywurst oder Döne? Die zwei Dinge, die in meinem Kopf stehen, sind die German-Cuisine. Aber ich bin falsch mit dem Motivation? Nein. Ich denke, dass jeder German loses. Aber ich, zum Beispiel, nicht essen. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Nur meine Mutter hat es für mich. Ich habe es nach Hause. Ich denke, das ist auch gut. Aber wenn ich etwas für die ganze Zeit habe, dann wäre es Döner. Der Döner ist wohl. Der Döner ist. Ich muss sagen, das ist richtig. So, wen ballern wir mit der Nerfgarn ab? Karim? Soll ich rüberschießen? Stell dir vor, dir in sein Auge und dann kann ich spielen, oder? Das ist klar. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ich denke eigentlich. Tankst du einer? Ne, mach mal. Schau mal. Schau mal. Okay, Denzel. Augen zu halten. Ja, Eier. Komm. Soll ich mit Eier schießen? Komm. Schau mal. Ich triff dich mal. Du bist dran. Ich triff dich mal. Du bist dran. One shot, one kill. Ich muss mal ein bisschen atmen, wenn es geht. Genau, fest ist das Atmen, weil das war gestern ein Problem. Und wenn wir dann gewinnen, dann ist es so. Und wenn wir dann verlieren, dann ist es auch so. Das ist kein Problem, weil wir sind gut vorbereitet. Wir konnten uns nicht noch besser vorbereiten. Okay, das ist das Einzige, was ich sagen will. Gerne kann auch jemand hier was adden. Versucht uns frei aufzuspielen, um clean eine Kompf zu halten. Ich schwöre, wir schaffen es dann. Ich freue mich. Ich will auch noch was verlieren. Und zwar, ihr könnt alle unheimlich stolz sein auf die Arbeit, die ihr die letzten Wochen geleistet habt. Und heute ist es nur der Tag, wo wir das abrufen, was wir die letzten Wochen trainiert haben. Und das ist das Grund. Wir spielen unser Spiel. Wir ficken die. Wir haben nichts zu verlieren. Und am Ende gehen wir hier weg und sagen, wir haben nichts verloren und nichts regrettet. Wir haben alles gegeben. Mehr ist es nicht. Ja. Ein, zwei, drei. Fast B-Split. Crimbo Headshot. Okay, mate. Jumping. Super Jumping. Prostus. Er ist allein. Sie müssen ihn jetzt killen. Oh, das ist JL. Oh, das ist JL. Oh, das ist JL. Oh, das ist JL. JL saves ihn. Damn, was ein fast Biss-A-Round. Wettbewerb. Prostus, 1v3. Er hat zwei Kills bereits. Wir machen es eine Ace. Oh, oh. Das ist 3 bereits. AlexiB ist low. Wir können es eine Ace-Clutch. Oh, Lassi ist low HP. Kevlar. Prostus. Versus AlexiB. Er ist ein Spot. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das ist dann nicht sein. Oh, meinst du nachdenkst! Er ist so Gladbach. Er ist so happy, ich liebe diese Person. Oh, das ist gut. Topsin. Importante kill. One mehr. Kalender. Oh, das ist Topsin, du. Still got es. Wer hat es? Wer hat jetzt den John? John De Castro auf dieez. No, das ist gut. Hier ist die All-Attent Cuer poi. Es ist ein All-Important Frag. Topsin. Topsin wird auch guter. Aber sie können noch erwarten. Nein! Oh, no! Es ist ein Krimbo Impact. Das ist ein Krimbo zu stoppen. Ich denke, Pig ist ein sehr guter Spiel. Playt Pig, Leute. Don't Pig. Halt Engels. Es ist ein Krimbo. John? Für mich. 4v2. Das ist für die Jungs. Nice, John De Castro. Mein Lieberer. Ich denke, wir sind fertig. JL muss etwas unglaublich machen. Aber da ist es. Das ist ein Krimbo. 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 Das fühlt sich so viel besser an, wenn ich viel reden kann. Ich habe so ADHD, das weiß keiner. Aber ich habe übertriebenes ADHD. Wenn ich nicht einfach double-time rappen kann in der Runde, dann fühle ich mich nicht wohl. Lass mich spielen. Geil. Und Wunderful, die beiden hier sind. Wunderful macht den Interessungs- Wunderful. Da sie schauen, sie lernen, weil sie viel nach großartig sind. Es ist ein Krimbo. 5v2. 5v2. Es ist jetzt hier sein. Wunderf кот. 5v2. 5v3. 5v4. Wir sind auf Heaven, das ist ein guter Start in der Runde, das ist ein Missnade. Der Gäste ist ein guter Spam von Trabson, aber sie könnten hier wieder B-B an John. Good Flash. Alexi B ist schon auf. John ist tot, glaube ich. Oh, nur ein, nur ein. Sie sind voll B-Side, und lange Zeit. Hier ist es ein Fasz. Ich finde es, ich mag es. Nice! GG. GG, Leute. GG. 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 Was gibt es jetzt da? Burger. Von Hugo. Hugo kenne ich persönlich seit mehreren Jahren. Ich bin per Du. Mit ihm. Das ist mit sehr vielen großen Persönlichkeiten. Zeig mal raus. Ich zeig dir mal, was passiert. Ja. Ey, wir gehen jetzt essen. Verstärkung für die nächste Vorbereitung für morgen. Morgen spielen wir gegen den Gewinner von Complexity. Gar nicht. Pera und Natnip. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Jetzt bist du da. Ja, ähm. Ich mach den Teil. Ey, was machen wir jetzt damit? Essen. Burger. Burger? Ja. Und was dann? Danach gehen wir in den Track Room und bereiten uns vor auf den Gegner morgen. Pera oder Natnip. Was denkst du, der Gewinn von den zwei? Ich denke persönlich Pera. Oh. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen. Besuch. Er ist da. Danke fürs ganze Zeit, Hermann. Untertitelung des ZDF, 2020